Oh, ultra unprofessionell. Der Tripod besteht aus zwei Eierbächen und Honig. Oh, wir sind hier in meiner Küche. Oh, es war gerade eine Scheisse. Ich bin es mir einfach so hart nicht gewöhnt, auf Schweizerdeutsch ein Video zu machen. Egal, deswegen bitte ein bisschen Verständnis mit mir haben. Oder nicht. Guten Morgen miteinander. Es ist Samstag, der 24. Oktober. Heute sind Leo und ich bei den Dark Nights in Dägerweide. Das ist ein Halloween-Schock-Event. In dem die Leute gehen und sich freiwillig verschrecken lassen. I don't know, ich würde das nie machen. Aber wir stehen heute auf der anderen Seite. Und zwar dürfen wir die Leute verschrecken. Wir werden so ultra hässlich geschminkt. Die ein oder andere kennen vielleicht meine TikToks, wo ich so Halloween-Horror-Make-up mache. Deswegen finde ich das heute ultra nice, dass ich es mal nicht selber machen muss. Es geht nämlich so lange. Und ich freue mich eigentlich mega drauf. Ich hoffe, es wird nicht zu hässlich. Ach, was mache ich denn die ganze Zeit in den Ärmen? Wir starten einfach mal im Tag. Ich fahre nachher zum Leo, ähm, ins Thurgau. Findet nämlich alles im Thurgau statt. Und ich nehme euch mit. Deswegen würde ich sagen, ich höre jetzt auflabern. Let's go! Also ich bin jetzt hier in Frauenfeld. Und der Leo ist einfach zu spät. Gott gar nichts. Und jetzt kommt er und spost. Hallo! Du bist zu spät. Nein, ich bin im Stau gestanden. Ja! Das gibt gleich Husband Material Abzug. Und Leo, bist du bereit? Ja. Ja. Was hast du das Gefühl? Wie werden wir ausgesehen? Also ich sehe sicher gut aus. Und du sehe sicher gut aus. Oh, danke. Danke sehr. Was auch noch easy nice ist, ich habe noch vergessen zu sagen. Wir haben einfach so einen Kameramensch, der uns die ganze Zeit begleitet und einfach noch so ein bisschen Aufnahmen macht. So. Wir sind da. Jetzt werden wir ready gemacht. Jetzt ab in die Maske. Also los. Ist es groß genug, oder? Nein. Nein. Was? Wüsstest du nicht warum? Das ist wirklich schön. Ja, genau. Ich habe gar nicht böse. So. Ich bin jetzt geschminkt, oder? Von der liebe Gabriela. Danke. Danke vielmals. Und währenddem ich jetzt hier geschminkt worden bin, kommt Leo einfach mal noch ein Haarschnitt über. Voll random. Ich glaube es nicht. Es kommt dann noch eine Massage über da hinten, was geht. Und bei dir auch, Mann. Der Leo hat mir zuerst schön machen, bevor man ihn hässlich machen kann. Weil sonst hätte man ja gar keinen Unterschied gemerkt. Dann machen wir gleich noch zwei Bad Haare. Okay. Leo und ich sind jetzt ready fertig geschminkt. Und jetzt fahren wir zu der Lokation. Wir haben glaube ich noch 5 Minuten Zeit bis die Show anfängt. 6 Minuten bis die Show anfängt. Er gehört nachher mal ein bisschen vor uns. Let's go! So, ich habe keine Ahnung ob man mich hört, aber wir sind jetzt da bei der Location. Mit der Crew. Und da ist die tolle Crew. So, das ist die Crew. Wir haben unser Outfit an, fertig geschmeckt und jetzt geht es los in die Scare Zone. Let's go! So Leute, das ist es gewesen. Es ist so geil gewesen. Das Licht hat gestummen. Musik absolut geil. Wir haben geil ausgesehen. Mehr geht es nicht. Wie hast du es gefunden? Hey, der Wahnsinn, Simon.